Servus Mädels, servus Jungs. Ihr habt ja jetzt von uns viele Challenges bekommen in den letzten Tagen. Dieses Wochenende drehen wir den Spieß um. Das heißt, ihr fordert uns heraus, Samstag und Sonntag dafür Zeit, die für euch perfekte Challenge zu basteln. Seid kreativ, achtet auf Technik, finden Rhythmus. Ihr kennt uns auf alles, was wir eben achten. Sonntag 18 Uhr ist Einsendeschluss. Facebook, Twitter, Instagram oder eben auf WhatsApp. Ihr könnt alle Kanäle nutzen. Wir werden uns dann am Montag drei Herausforderungen raussuchen, werden uns mit diesen Messen hoffen, dass wir sie meistern können und sind dann schon gespannt und werden dann aber auf jeden Fall noch einen Sieger gewinnen. Wir freuen uns jetzt schon auf die ganzen Herausforderungen und wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis zum nächsten Mal.